Ich male neue Gemälde, Glasgemälde. Kleinen Moment, ich zeige. Hier sind meine Farben. Hier ist mein Gemälde-Baum. So sieht das aus. Sie können auch in meinem Shop meine Gemälde sehen. Schaut oben, da sind viele Gemälde. Und ich male weiter, meine ich. Ich bin schon ein bisschen benebelt von Farben. Und alle diese Baum gerade. Sehr schön. Alle großen Formate, kleine Formate haben sie gesehen. Und schaut, auch größere Formate. Bald werde ich fertig sein mit größeren Formaten. Bald sieht er neue Gemälde in meinem Shop. Gut. Bis bald. Bis bald.